Ich hab jetzt grad im Moment Pump-Tekst gekauft. Wow. Bäh, das ist der Leben. Bäh, das ist der Moment. Fäh, das ist der Moment! gottsecker das war eine p90 gegen eine p90 kannst du fast gar nix machen mit pump genauso nicht du kannst du fast gar nix machen weil er halt dich in 20 Sekunden da sein kann und du brauchst richtig lange um alle Schüsse fertig zum Harmonium umzubringen und ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So klar, guck mal, diese Distanz des Dynamids, wenn man das wirft. Aber diese Distanz, wie weit sie schießen kann, hallo, wenn du sie hinblendest, das ist einfach nur krank. Das ist praktisch nur C4, weil es macht 70er. Zack, machst einfach, zack. Und guck dir mal diesen Sprengradius an, der muss ganz schnell weg. Habt ihr gesehen? Diesen Sprengradius. Kannst du einfach nur sagen, ich bin weg. Der ist aufgefallen hier, dass das so krank ist. Oh, da! Oh, da! Oh! 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 Das war's. 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 Das war's.